Moin! Hier ein kleines Info zur Blizzcon. Wie ihr schon sehen könnt, gibt es Diablo 4 und es gibt diese Seite hier. Ich werde mal kurz auf aktualisieren klicken. Dann fängt das nämlich so an. Und das lustige ist, man muss da sein Datum eingeben. Also wenn man dann hier anfängt, 1, 9, 5, 5, irgendwas. Kommt dann erst mal dieser Trailer. Den Trailer habe ich so schon hochgeladen einzeln, aber man kann den auch skippen. Das ist das Intro skippen und schon steht man hier in der Welt. Man kann sich sogar schon registrieren. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Aber hier kann man dann schon mal gucken. Einführung. Welche Klassen es gibt. Das ist ja bekannt. Das sind diese drei Klassen. Barbar. Diesmal in etwas dunklerer Ausführung. Die Zauberin und den Druiden. Meine präferierte Form gleich mit dem Wolf direkt nebenan. Man kann das Gameplay sich angucken, was auch gezeigt wurde. Ich habe das hier, ja gut, wieder auf USK wird auch gezeigt. Das ist dasselbe, was auch so gezeigt wurde. Und hier kann man sich noch ein bisschen was über die Welt angucken. Also was dann da noch so gezeigt wird. Geschichte, etc. Blablabla. Was denn hier alles noch so kommt. Zweitere haben wir ja registrieren. Da muss ich mal gucken, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Stellt durch das Klicken an den Tipp auf die Worte erklärt sich einfach schon Neuigkeiten und besondere Angebote von Blizzard Entertainment zu erhalten. Aha. Ja gut, okay. Medien. Hier kann man sich dann wahrscheinlich so ein paar Desktops und auch alles mögliche andere angucken. Schauen wir mal, was man hier noch so machen kann. Diablo 4. Achso. Na gut, okay. Latest Content, blablabla. Ja, weiß ich. Aber grundsätzlich ging es halt hier um Diablo 4, um die Seite, um die Einführung, dass es die auch schon gibt. Also wer, ähm, da ein bisschen was erfahren möchte über Diablo 4, jetzt um halb wird gleich das nächste Panel, ähm, gezeigt werden zu Diablo 4, da wo Coming Soon immer stand. Deswegen habe ich hier oben auch noch, äh, die BlizzCon auf. Und, ähm, das geht halt eben gleich weiter. Aber es gibt schon eine Diablo 4-Seite. Also es ist bestätigt, es gibt diese drei Klassen und es ist düster und creepiger. Ich finde ein bisschen ein PoE-Style, aber das wird sich dann noch zeigen, wie viel von dem, was jetzt so gezeigt wurde, auch wirklich dann kommt. Das erstmal für den Anfang. Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.